Guten Tag, guten Abend, herzlich willkommen. Neue Folge Naruto Shippon Ultimate Ninja Storm. Und es neigt sich jetzt wirklich den Ende langsam zu. 87%, ich denke das werden die 100% sein. Wenn noch was kommt, wäre ich natürlich glücklich. Aber ich denke das ist jetzt das Ende danach, wird nur noch ein Abspann kommen. Oder wir spielen noch was, ich weiß nicht. Ich lasse mich überraschen, aber definitiv wird jetzt noch mal was kommen. Das machen wir zusammen. Zack, pappalapapp. Wird nicht rumgefackelt hier. Es geht weiter. Was? Was zum, ähm... Krasse Scheiße. Achso, wir wählen jetzt Kakashi, der Retter der Welt. Oh, hier haben wir schon wieder sowas, ey. Das ist echt nicht meins. Das ist echt nicht meins, das muss man einfach mal sagen. Kann ich auch blocken? Kann ich auch blocken? Tatsache. Tschu, 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 tschu. Ah, wo sind wir eigentlich? Sind wir hier eigentlich gerade im Universum oder wo sind wir hier? Also, das sieht ja echt krass aus. Wir haben keine Ahnung, wo wir uns befinden. Ui, 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 ui. Oh, BB, BB, BB sie. Okay, der hat gesessen, hoffentlich. Und die Feinde hat immer ihre Farbe. Huh? Es ist auf Sintertire? Oh, okay. Okay. Ui. Ach du Scheiße. Oh, Mann, ey. Oh, oh. Stirb. Ui, ui, ui. Geh kaputt. Ey. Warum sieht er in die Dinger jetzt an? Ah, okay. Bo, 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 bo. Ah, so ist schon besser. Manchmal geht's und man verklappt's nicht, ey. Tschu, tschu, tschu. Oh, 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 oh. Stierb. 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 Wunderbar. Hallo. Hi. Oh, der sieht schon böse aus. Ähm. Wow, wow, wow. Und wir brauchen erstmal wieder Chakra, 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 Chakra. So, so sieht's besser aus. Oh, schnell abfeuern, bevor die in der Attacke machen. Scheiße, genau das wollte ich vermeiden. Oh, oh, oh. Nein, wir können nicht sterben. Wir sind OP. Wir sind Kakashi mit den zwei Sharingans. Oh, fuck. die leben ja immer noch mann die anderen Dinger sollen kaputt gehen da oh man das wird echt knapp noch ich vercheckt alle Gesichter jawohl das ist gut jetzt haben wir ihn jetzt haben wir ihn ja gepackt zwar schlecht aber gepackt die ist krank die alte die ist wirklich krank das ist gut das ist gut das ist gut das ist gut Ich weiß, dass wir die Chakra haben, und die Chakra haben, die ... Was ...? Das ist ... Das ist ... Das ist ... 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 Ich bin tot, und ich bin tot, und ich bin tot. Das ist das, was du, was du, der Ende des Zutaten zu verlassen. Der Ende des Zutaten ist, der Ende des Zutaten. Das ist das Ende des Zutaten. Arto, Sasuke, Sakura. Der Ende des Zutaten, der Ende des Zutaten zu verlassen, was du? Es ist das, was ich? Natürlich! Es ist das, was ich? Es ist das, was es... Es ist die ganze Zeit, die ganze Zeit und die ganze Zeit, die immer noch immer weitergehen. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Es ist nicht so schwer. Es ist so schwer. Die Geschichte ist ... ... die wir auswählen können. Ein Geheimnis! Wie viel Sie sich aufwählen, haben Sie keine Zukunft! Gehen Sie! Das ist das letzte Mal! Gehen Sie! Sasuke! Sakura-chan! Ja! Gehen Sie! Was ist das denn? Du bist hier! Gehen Sie! Gehen Sie! Oh nein! Wir haben keine Zeit, wir haben keine Gefahr! Wir haben die Gefahr! Was ist das? Die Attacke Ballgei, die trifft eh nie! Die ... ... der ... ... Computer weicht dir andauernd aus, diese ... ... Geheintechnik! Ja, also ... ... einfach durchgegangen! Aber die sitzen! Die Attacke ist cool, die sitzen! Die Attacke ist cool, die sitzen! Oh! 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 Und da will's ihr nur sehen! Oh! Was ist das? Wie ist das denn? Wie lange wird das? Oh! Oh! Die Mutter ist so weit. Wir haben diese Kraft von immer wieder! Aber wie ist das? Du bist sehr gut genug, aber ... Das ist eine Maschine! Oh! Nein! Daneben! Hilf mir, Sasuke! Sasuke! Oh, die bekotzt mich noch wieder! Oh! Oh! Okay! Jetzt hör auf damit! Bleib hier einfach stehen! Oh! Sasuke! Nein! 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 Du sollst da hinfliehen! Oh, nicht schon wieder! Übertreib doch nicht, du alte Kuh! Achso! Das funktioniert nicht! Okay! Nein! Wir verlieren das! Was? Einfach nur, weil die alte Unantastbar ist, wenn sie ihr Attacken macht! Ja! Was hab ich getan? Oh! Nein! Aber das schaffen wir nicht! Oder? Komm, das schaffen wir! Team 7 wieder vereint! Ja! Nassimale! Ja! Ja! Ich bin glaub es- Ja! 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 Woh! Ja! 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 Oh, 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 oh. Woh! Woh! Bacana... ...この Chakra-Nu-Sodde-Al-Wara-Wara-Wara... ...このような分散した Chakra-Domo-Ni-A-B-Ler-To-Wara-Wara-Wara! Woh-oh-oh! ... 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 Oh! ようやく自由の身か、えらく時間かけ合って 悪い、でもこれで全部終わりだ って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ あ、そういえば 安心しろ、このことに気づいた陸道の力で え? 戻してもらえる でも、何を読み取っていることを見るか分かりません でも、彼女が丸いに行くはない 仕方という見ることを機嫌だ 四人とも無事なようだな 理くとの王子、JJじゃん…これってば… ていうが、なんでここにるな あの精神空間で、二人の Chakraを少し借りていたのだ その力を使い、しばし現世に戻らせたのだ Das war's für heute. Die Mutter hat sich nicht so gut verletzten, dass sie sich nicht verletzten. Aber in diesem Zeitpunkt... Herr, das ist das, was wir nicht sagen können. Ja, das stimmt. Dann ist es, die Zukunft ist, dass wir uns verletzten. Wir werden uns bald zu verletzten. Ich kann das Herz auswählen. Ich werde das Wunschwylen mit einem Hecht zu retten. Ich werde das Wunschwylen nie bleiben. Die Wunschwylen! Ich glaube, das Wunschwylen hatte. Ich glaube, dass ich das Wort verletzt habe. Ich will das Geheimnis nicht mehr, dass ich den Geheimnis nicht mehr verletzen werde. Ich werde das Geheimnis nicht mehr tun. Ich werde das Geheimnis nicht mehr tun. Ich werde das Geheimnis nicht mehr tun. Was? Madara! Gehen wir? Ja, du bist auch zusammen. Aber ich habe mein Geheimnis. Ich habe dein Geheimnis. Du hast es sehr急, Madara. Ich habe keine Ahnung, dass wir uns in der Zeit haben, dass wir uns nicht mehr machen können. Ich habe keine Ahnung, dass wir uns hinterher kommen können. Das war sehr wichtig. Ich weiß nicht, dass wir uns jetzt nicht mehr sterben. Wir müssen uns jetzt aufhören. Ich bin ein Freund. Oh! Naruto. Wie? Ich dachte, dass ich mich nicht mehr sagen wollte. Danke für Ihr Geburtstag. Ah! Danke! Danke. Es war nur ein bisschen, aber ich weiß, dass du so großartig ist. Ich weiß, dass ich mich an Fushina zu erzählen. Oh... Ich weiß nicht, dass ich es so gut zu essen. Ich weiß nicht, dass ich es so gut zu essen. Ich weiß nicht, dass ich es so gut zu essen. Ich bin in der Konoa-Konoha-Konoha-Konoha-Konoha-Konoha. Ich weiß nicht, aber wir haben viele Freunde. Ich bin alle einig, was ich. Und dann... D... Ich hab durch meine Mutter gesagt, ich hab alles nicht gut zu tun, aber ich habe das immer so gut gemacht. Es ist ein sehr guter. Es ist gut. Ich werde mein Vater aus dem Hohka-Geräusch aufbauen. Es wird sicher sein, was ich. Ich werde meine Mutter auch erzählen. Ich werde mich nicht so interessieren. Ich werde es gut machen. Entstanden. Ich werde es gut erzählen. Der Peter 6, 14-15-19 Kaguya, die brachiale Göttin, Teil 2, ist zu Ende. Aham, aham, also ich finde ja, es war ein S. Ein Rang S war es, ja, war es. Oh, Kakashi Doppelcharigan, freigeschaltet. Oh, Kaguya kann man auch spielen, coole Sache. Okay. Zeit für einen Abschied. Ja, und jetzt Vorschau, Vorschau? Also, kommt da noch was? Kann ich mir nicht vorstellen. Vorschau auf das Kapitel Neues Leb. Neues Leb. Neues Lebkuchen aus. Ich würde sagen, das gucken wir uns natürlich jetzt auch nochmal zusammen an. Das geht nur eine Minute. Und ja, ähm, vielleicht noch ein paar Sachen sagen. Oder auch nicht. Erstmal muss ich wieder sagen, muss ich jetzt zum Schluss nochmal meine Augen unter Kontrolle halten. Falls ihr da eine Träne gesehen habt. Ich glaube, hier ist nur ein sandiges Windchen durch den Raum gefegt. Und das hat dann meine Augen getroffen. Und deswegen muss ich weinen. Ah, nein. Ach, es war schon spannend. Okay. Wir gucken uns das jetzt mal an, die Vorschau. Ich muss leider sagen, eigentlich muss man wirklich sagen. Äh, die, wenn das jetzt alles war von der Story her. Also, es kann nichts mehr kommen. Also, ich weiß noch, was ungefähr kommt. Aber, diese Main-Attribute, diese Main-Story ist, finde ich, ein bisschen kurz. Ich hätte mir echt gewünscht, dass es halt ein offenes Feld ist. Dann, aber man kann nicht alles haben. Dennoch hat es Spaß gemacht. Und wir schauen uns das jetzt an. Zusammen. Gucken wir mal. Machen wir vielleicht doch noch einen Kampf? Denne sind nur 92%. Es kommt noch was. Wunderbar. Ja. Genau das habe ich nämlich vermisst. Ich hoffe, habe nämlich gehofft, dass das noch kommt. Die Träume zweier um vergleichlicher. Ui, ein Naruto und Sasuke. Das werden wir natürlich zusammen angehen. Geschätzte Spielzeit 41 Minuten. Oh, Backe. Okay, da kommt ja nochmal was. Ja, bin ich aber mal gespannt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge das neue Leben oder neues Leben. Also, wenn ja, like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Und ich sage mal, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.